Täglich sind wir Staub und Schmutz ausgesetzt, die den Körper belasten und die Gesundheit gefährden. Die Natur besitzt ihren eigenen Kreislauf, um die Luft von Schadstoffen zu reinigen. Doch in unserem Arbeitsalltag haben wir meist wenig Natur um uns herum. Weshalb wir von Absaugwerk Nassabscheide entwickeln. Sie sind speziell für das Abscheiden von Materialien geeignet, welche bei der Bearbeitung mit hohem Funkenflug einhergehen, brennbar oder sogar exklusiv sind. Die Stoffe werden in einen Wasserwirbel gebunden und können über verschiedene Austragsvarianten abgelassen werden. Bei krebserregenden Stäuben kann zusätzlich ein H14-Nachfilter eingesetzt werden. Die gereinigte Luft wird anschließend zurück in die Halle oder nach draußen geführt. Unsere Nassabscheider haben die höchste Saugleistung ihrer Klasse und sind dennoch die geräuschärmsten Systeme auf dem Markt. Durch einen geringen Energie- und Wasserverbrauch bleiben zudem die Betriebskosten niedrig. Nassabscheider der Serie W sind individuell konfigurierbar, bieten zahlreiche Austragsvarianten und können so optimal auf den jeweiligen Prozess abgestimmt werden. Wir sind stolz darauf, mit unseren Systemen Arbeitsplätze sicherer und sauberer zu machen. So tragen wir nicht nur aktiv zum Schutz von Mitarbeitern bei, sondern steigern die Lebensdauer von Maschinenparks und reduzieren maßgeblich die Umweltbelastung. Die Besten ihrer Klasse. Nassabscheider von Absaugwerk.